Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zur Nigella Geläusten-Ausgabe der Filmgetreten vom Tele-Stammtisch und das ist eine Ausgabe der Kategorie 2 Filme. Wir besprechen in dem Fall zum einen den Film Saw Spiral. Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es genau geht, ob es ein Prequel oder Sequel zur Saw-Reihe ist, aber wir haben den für euch besprochen und wollen euch nicht vorenthalten, was wir davon halten, lauscht Dom und Stu für weitere Details. Es folgt die Besprechung des Netflix-Films Kate, auch den konnten wir gucken, Dom Stu und Sven haben das getan. Ob dieser Action-Film der Rede wert ist oder nicht, kriegt ihr von diesen dreien zu hören. Und zu guter Letzt dann noch der Beitrag zur Schumacher-Doku, die ebenfalls bei Netflix startet. Die konnten wir verabsehen. Sam und Timo haben sich da ein paar Gedanken drum gemacht und die für euch ja eben auch ins Mikro gesabbelt. Das könnte ganz unterhaltsam geworden sein. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch viel Spaß beim Konsum dieser Ausgabe und freue mich auf euer Feedback. Guckt mal in die Shownotes, da gibt es Gelegenheiten uns zu kontaktieren und gegebenenfalls auch ein paar Cent rüber zu schieben. Leute, lasst krachen, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung von Saw Spiral. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der Dominik, der im Vorgespräch gesagt hat, er wüsste, wie ich diesen Podcast anfangen würde. Jetzt bin ich mal gespannt, Dominik, wie hätte ich diesen Podcast anfangen sollen? Gott, dem Klischee nach hättest du sagen müssen, ich möchte ein Spiel spielen. Weißt du, was mir jetzt gerade echt ein bisschen peinlich ist? Das wäre mir wirklich nicht eingefallen, wirklich. Ey, komm, das ist aber wirklich das kleine Einmaleins des Anmoderierens eines Saw Podcasts. Oder aber auch Dream. Oder aber auch Die Hard 3. Aber gut, gut. Die Hard 3, eine schöne Referenz bei diesem Podcast. So innovativ ist dann Saw vielleicht doch nicht. Und damit würde ich das Vorgeplänkel jetzt mal abhaken. Wir reden jetzt über Saw Spiral, der neunte Teil der Reihe, die ja eigentlich mal im großen Finale beendet worden ist, nur um dann wiederzukommen mit Jigsaw und dann jetzt wieder neu gestartet ist. Ob es ein Reboot ist, ob es ein Sequel ist, wir werden es vielleicht gleich herausfinden. Bevor wir das tun, hast du, lieber Dominik, aber noch kurz die Synopsis für uns. Das Ganze dreht sich um Detective Zach Banks. Der wird in einen mysteriösen Mordfall verwickelt, zusammen mit seinem frischgebackenen Partner. Und das Ganze hat die Muster des Jigsaw-Killers, der seit gefühlten 100 Jahren eigentlich schon längst tot ist. Und es ist sehr auffällig, dass der sich nur bestimmte Leute, genauer gesagt Leute aus der eigenen Polizeibehörde vorknöpft und sie in bizarre Fallen steckt, wie man das von diesem Franchise kennt. Bevor wir uns jetzt Spiral widmen, vorab eine kleine Frage, auch um euch da draußen zu zeigen, wo wir uns positionieren im Saw-Franchise. Dominik, wie stehst du zu den Saw-Filmen? Ja, also den ersten mag ich immer noch. Den kann ich mir als eigenständigen Thriller auch mal so ansehen und dann eigentlich nach dem Abspann bzw. nach dem Game Over ausmachen. Die Sequels habe ich trotzdem alle gesehen, bis auf Jigsaw. Ich bin aber ganz ehrlich, nach dem dritten Teil ist das bei mir zu totaler Gedankenmatsche geworden. Ja, so den ersten Dreien kann ich irgendwo noch was abgewinnen, wobei dann der Dritte auch schon sehr irgendwie das Problem dieser Reihe dann nochmal deutlich zum Tragen gebracht hat. Nämlich, dass es immer größer, immer plakativer und auch dümmer wurde schon im zweiten Teil meiner Ansicht nach und dass dieses minimalistische, klaustrophobische des ersten Teils da eigentlich schon leider verloren gegangen ist. Ja, kann mich da im Großen und Ganzen wirklich nur eins zu eins anschließen, außer dass ich Jigsaw gesehen habe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass mir Jigsaw nach dem ersten Teil noch mit am besten gefällt, was jetzt nicht viel bedeuten soll, weil zwischen Teil 1 und Jigsaw meines Erachtens schon ein deutliches Qualitätsgefälle vorhanden ist. Die ersten drei Saw-Filme kriege ich noch auseinandergehalten und danach hört es auf. Danach bin ich auch noch nicht raus. Aber ich war neugierig auf Saw Spiral. Ich hatte mich sogar so ein bisschen drauf gefreut, denn die Legende besagt, dass Komiker-Schauspieler Chris Rock zu Lionsgate gegangen ist, die Rechteinhaber der Saw-Reihe und gesagt hat, Leute, ich weiß, ihr habt Saw eingetütet, weil nicht mehr so erfolgreich und weil die Horror-Trends vielleicht ein bisschen gegendert haben von Torture-Porn so in Richtung Haunted-House-Ghost-Horror. Aber guckt mal hier, ich habe eine super Idee für einen neuen Saw. Und der Legende nach hat Lionsgate das gelesen und dachte sich so, boah, das ist ja wohl das geilste, was wir je gesehen haben. Geben wir grünes Licht. Und so ist es jetzt, dass wir Saw Spiral zu Gesicht bekommen, der im Original übrigens Spiral from the Book of Saw heißt. Und deren erster Teaser oder Trailer war es, mir suggeriert hat, so ey, das ist jetzt kein Torture-Porn-Horror, das ist mehr so ein richtig klassischer Cop-Thriller mit den obligatorischen Saw-Elementen, sprich bösen, blutigen Fallen. Findest du, dass Saw Spiral das wirklich ist oder sagst du, nee, wenn man es runterbricht, ist es einfach nur wieder ein neuer Saw? Also ich würde sagen, dass sie, es ist ja auch, hatte ich irgendwie auch mal im Äther so wahrgenommen, dass sie sich hier wohl auch von sieben haben inspirieren lassen, der ja auch durchaus ein Vorbild für den ersten Saw war, beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, damals als der erste Saw rauskam, da stand auch, steht glaube ich sogar noch heute auf dem DVD-Cover, nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. Also der wurde auch so tatsächlich vermarktet. Das merkt man hier auch, die Einflüsse sind zu spüren und man merkt auch, sie wollen wieder in Richtung des ersten Teils gehen, aber irgendwie kommt dem Film dann auch in die Quere, dass die Reihe sich nach dem ersten Teil eigentlich in Richtung entwickelt hat, aus der sie eigentlich nie wieder herauskam und auch, glaube ich, nie wieder heraus wollte. Denn sie war ja sehr erfolgreich, das konnte man eher nicht nehmen, also die letzten Filme nicht mehr ganz so, aber Saw war immer für die Macher wirklich ein Fest fürs Girokonto und ich habe die Zahlen jetzt von Saw Spiral nicht so richtig vor Augen, aber es ist ja jetzt schon klar, dass Lion's Geld wohl an einem Saw 10 arbeitet. Ob da Chris Rockfield mit dabei ist, wissen wir nicht, beziehungsweise wollen wir nicht verraten. Wir haben jetzt sehr viel über die alten Saw-Sachen geredet und über Stranger Things an sich, reden wir jetzt mal wirklich mal über Saw Spiral. Und ich setze mal den ersten Stein aufs Spielbrett. Ich mag Chris Rock. Ich finde auch, dass Chris Rock abseits komödiantischer Rollen funktionieren kann. Ich glaube auch, dass Chris Rock ein guter Schauspieler ist, das hat er in einigen Produktionen schon bewiesen. Deswegen fällt es mir schon etwas schwer, das jetzt zu sagen. Aber Chris Rock als Siki Banks ist wohl eine der Fehlbesetzungen des Jahres für mich. Gehst du da mit mir mit oder sagst du, nein, Oscar verdächtig? Nee, da bin ich absolut bei dir. Also, Fehlbesetzung des Jahres neben Angelina Jolie in They Want Me Dead. Man merkt auch, dass das hier anscheinend irgendwie auch eine reine, also schon eine ziemliche Ego-Nummer gewesen ist auch, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich meine, du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass er bei Lionsgate reinkam und eine total tolle Idee hatte. Und jetzt mal ehrlich, war die Idee einfach nur, ich könnte ja auch mal in einem Saw-Film mitspielen. Sagen wir es wie es ist, es ist nicht nur so, dass er fehlbesetzt ist, er wirkt wie ein völliger Fremdkörper in diesem Film. Und ich würde so weit gehen, dass das manchmal teilweise wie ein Verunglückter, es gibt doch immer mal wieder so diese Parodie-Trailer oder was auch immer, wo Comedians in total ernste Filme reingeschnitten werden. So wirkte das teilweise auf mich. Das mag jetzt zwar sehr hart klingen, aber dabei... kam mir aber auch so vor. Es gibt halt eine Szene, wo er wütend ist und halt im Auto sitzt und gegen das Lenkrad hämmert. Und ich fand das unfreiwillig komisch. Und da muss man auch eins sagen, ich meine, Regie, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ist ja Daryl Lynn Bozeman oder Bozeman, der Teil 2 bis 4 inszeniert hat. Also durchaus die Teile, die so den Fortgang der Saw-Reihe stilistisch bestimmt haben. Pass auf, es kann sein, dass der Mann ein netter Typ ist. Kann ja alles sein. Aber ich finde, er ist kein guter Regisseur. Denn Saw Spiral sieht kacke aus. Punkt. Ich hatte ja noch mal einen Blick auf diesen Jigsaw geworfen. Vielleicht gucke ich mir den sogar mal an. Du hast ihn mir halt jetzt empfohlen. Nö. Der ist ja von den Spierig-Brüdern gewesen. Und der sah aber auch schon, oder hatte ich dann auch in den Pressestimmen mal irgendwie vor längerer Zeit mal gelesen, der sah auch schon sehr digital aus. Und halt gar nicht mehr so, ja, so schmutzig, grobkörnig und irgendwie wirklich schon abstoßend, wie eben diese Filmreihe einfach ist. Ich meine, der erste Film war ein absolutes B-Movie mit 1,2 Millionen Budget. Und die ganze Reihe hat halt, mit dem Film, hatte ich auch gelesen, und hat jetzt fast eine Milliarde eingenommen. Und ich weiß nicht, also, der Film sieht teilweise sehr digital aus, ist jetzt zwar nicht total blankpoliert, aber das will irgendwie nicht funktionieren. Und teilweise wirkt dieser Look fast schon eher wie ... Manchmal sieht es aus wie ein schlechter True Detective-Abklatsch irgendwie. Also, nur in den Folter-Szenen kommt so wirklich dieses Schmadderige durch, was dieses Franchise ja hatte. Und leider dann auch die Unarten von Darren Lynn Booseman und seinem Cutter auf Crack, glaube ich. Da du es jetzt angesprochen hast, lass uns mal über die Folter-Szenen oder die Fallen reden, denn das ist natürlich was sehr Essentielles in der Saw-Reihe. Als der Film anfängt und man sieht die erste Falle, kam es mir so ... Also, es wirkte auf mich so ein bisschen wie, ach, nach Hause kommen. Zwar jetzt nicht das Zuhause, was ich gut finde, und eigentlich will es auch länger bleiben, weil Onkel Günther ist doof und Tante Erika kocht nur versalzten Suppe. Aber irgendwie, ja, es ist schön. Es hat dir gefehlt. Ja, es hat mir gefehlt. Mir hat diese Blutmatsche gefehlt. Mir hat es gefehlt, jedes Jahr mich darüber aufzuregen, Gott, dass dieses Saw-Film wird immer schlechter. Ich finde aber, dass die Fallen eigentlich nichts bieten, woran ich mich jetzt noch mehr erinnern kann. Also, wir beide haben den Film ja schon vor einiger Zeit gesehen. Und ich weiß halt noch, dass die erste Falle hatte noch was, weil da kommt so ... Jeder Mensch hat ja so seine Schwachpunkte. Und bei mir ist es so, ja, wenn es mit Zunge, Zähnen, Lippen so, da bin ich ein bisschen ... Und genau das liefert diese Falle dann auch. Aber danach, die Fallen, finde ich, sind ... meist langweilig, für Saw-Verhältnisse sogar relativ zahm. Es gibt eine Falle mit Wachs, die, um nicht falsch verstehen, die sind alle grausam. Ich möchte in keinem dieser Fallen feststecken. Aber für Saw-Verhältnisse, will ich ganz ehrlich sein, also, ich hab mich halt wirklich gefragt, warum sind diese Fallen so seltsam, in Anführungszeichen, sanft, im Kontext zu den früheren Fallen? Liegt es a, deswegen, weil die Macher gesagt haben, nein, wir möchten keinen Torture-Poll machen, wir möchten wirklich einen Cop-Thriller machen über korrupte Cops? Oder lag's daran, weil sie einfach keine Ideen hatten? Und ich glaube, die Antwort liegt so in der Mitte. Es ist beides. Aber das Problem ist, dass der Cop-Thriller halt auch nicht funktioniert. Und dass der Film vor allem auch keine Spannung hat. Vor allem in der zweiten Hälfte meandert die Handlung eigentlich nur noch von Foltermaschinen-Tableau zu Foltermaschinen-Tableau. Also, war mein Eindruck. Und das geht dann einfach auch zulasten, ja, der Spannung eben, beziehungsweise des Twists, dem man, glaube ich, boah, also wirklich ... Ich meine, von den alten Saw-Filmen hat man sich ja teilweise wirklich auch vorsätzlich verarschen lassen. Und auch gerne verarschen lassen. Weil die Twists teilweise echt nicht schlecht waren. Selbst bei den mähigsten bis wirklich nicht mehr guten Teilen. Aber hier, meine Güte, was haben die sich dabei gedacht? Das ist wirklich für allerblödeste und, weiß ich nicht, wenn eine Information gegeben wird, fünf Minuten später kommt dann dazu eine neue Information nach, dann gibt es wieder eine kurze Rückblende. Alter, die Macher denken wirklich, die Zuschauer haben die Aufmerksamkeit eines Goldfisches. Wirklich, ganz furchtbar. Und wir wollen jetzt hier ... Ganz, ganz furchtbar. Wir wollen jetzt hier auch keinen Spoiler-Part machen. Aber so viel sei gesagt. Ich finde, dass dieser Twist einfach billig ist. Ich finde, man sieht ihn schon sehr schnell kommen. Und ganz ehrlich, ich fand diesen Film auch irgendwie faul. Also auch vom Drehbuch her, es wirkt einfach so aus dem Motto, wir haben dieses Franchise, das können wir mal wieder auspacken. Wir haben Chris Rock, der angeblich wirklich Fan ist, sei es ihm gegönnt. Und rausgekommen ist halt leider weitestgehend Morgs. Wobei ich dem Film eins zu gut halten muss, weil du ja meintest ... Also klar, diese Fallen, die fühlen sich nicht mehr so größenwahnsinnig an wie in den letzten Teilen. Wo man sich ja dann auch irgendwie gefragt hat, wie will eine Person mit einem Helferlein das da konstruiert haben. Aber ja, gut. Wobei, wobei, es gibt in dem Film eine Falle, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie soll das bitte funktionieren? Alleine. Ja. Da geht es auch nicht um den Aufwand dieser Falle, sondern mehr, wo diese Falle sich befindet. So viel sei jetzt gesagt. Aber Stu, Stu, da kriegen wir doch dann die Rückblenden im Sequel. Da kriegen wir dann genau gezeigt, in den nächsten fünf Teilen, immer so ein Stückchen, wie das gemacht wurde. Und dann taucht am Ende noch Tobin Bell auf. Ja, das kann man vielleicht verraten. Tobin Bell taucht in diesem Film nicht auf. So. Spoiler! Aber dafür taucht jemand anderes auf. Nämlich Samuel L. Jackson, der vermutlich mit Ewan McGregor eine Wette am Laufen hat, wer in den meisten Franchise mitspielt. Und ich will mal sagen, der Samuel L. lässt sich ja nicht klumpen, weil der ist jetzt Star Wars, der ist ein MCU, der ist ein Deep Blue Sea, gehört er auch dazu. War der mitgespielt. Im dritten Die Hard war dabei, in die Unglaublichen, in den Triple X-Filmen, in Warner's Monster-Verse-Filmen gehört der mit dazu. Man kann auch gerne Hitman's Bodyguard dazuzählen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch irgendwann Expandables 4, 5 und 6 auftauchen wird. Also, in Sachen Franchise ist der Samuel L. Jackson wirklich der King. Und ja, sorry, aber in Saw war es, er hatte das Gefühl, es war ein bisschen Arbeitsverweigerung, oder? Es war halt seine übliche Nummer und er macht halt das, was man von ihm kennt. Es ist halt keine Rolle, es ist Samuel L. Jackson, der flucht. Mehr ist es eigentlich nicht. Und diese Vater-Sohn-Geschichte, die sie irgendwie versuchen zu erzählen, die funktioniert für mich gar nicht, insbesondere in emotionalen Szenen. Also nicht nur, dass Chris Rock teilweise ... Also, ich weiß nicht, da ist er ja sogar von verschiedensten Stellen für gelobt worden, dass er irgendwie mit Popkultur-Referenzen teilweise um sich schmeißt oder aber irgendwie verkniffen guckt, als hätte er irgendwie ein Quersitzen. Und ganz schlimm wird es dann halt wirklich in emotionalen Szenen, wo du ihm wirklich gar nichts mehr abkaufst. Es ist wirklich grausam anzuschauen. Und dabei hat der Film an manchen Stellen sogar durchaus leichte, gelungene Ansätze. Also im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Selbstjustiz, was man ja auch schon kennt aus den alten Saw-Filmen. Was sich aber der alten Saw-Film zum Beispiel auch durchzog, dieses Motiv, dass sich irgendwie in den Fallen auch das widerspiegelt, was derjenige sich zulasten hat kommen lassen. Das ist ja auch wieder dabei, aber das wirkt auch eher so halbgar im Hinblick auf, ja, die Themen, die man hier eigentlich drin hat. Also Polizeigewalt ist ja durchaus auch ein Thema. Mich erinnerte das auch so ein bisschen an den sechsten Saw, wo es irgendwie um hier das Gesundheitssystem und die Krankenversicherung in den USA ging. Nur ist das hier noch viel plakativer und schöpft. Aber andererseits, also es muss ja nicht subtil sein, ich erwarte in so einem Genre-Film keine subtile Sozialkritik, ja. Aber man hätte dann irgendwie auch mehr draus machen können. Gerade wenn man auch einen afroamerikanischen Darsteller hat. Ich habe mir zum Beispiel auch mal die Frage gestellt bei diesen Ansätzen, was zum Beispiel ein Jordan Peele daraus gemacht hätte. Ach, das wäre so interessant gewesen. So viel mehr interessant als das, was Saw-Spiral jetzt ist. Und welche Frage ich mir ja gestellt habe, ist folgende. Würde Saw-Spiral vielleicht einfach besser funktionieren, wenn die Macher nicht versucht hätten, das alles reinzustopfen und einfach dem gewiss werden, so, okay, wir sind Saw, wir sind so eine Torture-Porn-Schmuddel-Horror-Reihe. Und genau das machen wir jetzt auch. Und wir versuchen jetzt nicht, diesen Pseudo-Anspruch drauf zu fropfen. Glaubst du dann, dass Spiral dann besser funktioniert hätte? Oder wäre es dann auch nur wieder das Gleiche gewesen wie vor, weiß ich, zehn Jahren? Äh, für mich ist es eigentlich ein Stück weit das Gleiche gewesen, weil die Saw-Reihe war immer eigentlich schmadderiger Trash irgendwo. Eigentlich auch, ist eigentlich eine Guilty-Pleasure-Reihe, sagen wir mal ehrlich. Bis auf den ersten Teil ist das eine Guilty-Pleasure-Reihe. Und die hatte aber trotzdem auch immer so, gerade über die Jigsaw-Figur, auch manchmal so pseudophilosophischen Diskurs. Also, der war jetzt auch nicht immer schreiend subtil, aber ach, Mann, also hier wirklich, das war einfach nur fürchterlich. Vor allem zum Ende hin. Und es ist wirklich, also, warum sie auch einfach diesen Darren Lynn Booseman wieder ausgebuddelt haben, ich kapier es einfach nicht. Weil in den Folter-Szenen, man merkt das, in den Folter-Szenen, da geht der auf, der Typ, und feuert dann halt seine Schnittfrequenz ab. Aber da merkst du auch, der hat sich eigentlich auch als Filmemacher kein bisschen weiterentwickelt, also. Aber was ich dem Film ein bisschen zugutehalten muss, das hatte ich, glaube ich, gerade eben im Ansatz schon gesagt, ich bin auf der anderen Seite froh, dass sie nicht jetzt irgendwie krampfig versucht haben, bei den Fallen Saw 7 zum Beispiel noch mal irgendwie einen draufzusetzen oder so. Deshalb fand ich diesen Ansatz, dass man vielleicht ins Kleine geht und das ein bisschen konzentrierter erzählt, gar nicht schlechter. Hätte man vielleicht sogar was draus machen können. Weil, wie gesagt, der erste Saw, der hat noch eine wirklich klaustrophobische Atmosphäre. Und mit jedem Teil, ich meine, im ersten hast du nur dieses Badezimmer, im zweiten hast du dann schon ein ganzes Haus, und im dritten hast du gefühlt eine ganze Stadt. Und das funktioniert einfach nicht und rüttelt dann unglaublich an der Glaubwürdigkeit. Und hier hat man es zwar runtergeschraubt, aber es funktioniert trotzdem nicht, weil es einfach nicht gut geschrieben ist. Weil alle Figuren in dem Polizeirevier pure Abzieh-Klischees sind. Und ich bin ganz ehrlich, eine Falle habe ich irgendwie auch nicht wirklich verstanden. Und du merkst auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber der Film, der wurde ja ewig irgendwie runtergecuttet. Oder er musste, glaube ich, elfmal bei der amerikanischen Behörde durchgejagt werden, bis er das okay bekab für ein Rated A und nicht irgendwie NC-17. Genau. Und das merkst du vielleicht sogar auch. Und teilweise sind dann auch Digitaleffekte, äh, nee. Also so viel sei gesagt, der ist hart, der hat sein Elvis-K18 nicht zu Unrecht, auf gar keinen Fall. Aber seitdem gewahrt, dass da sehr wahrscheinlich für das Heimkino nochmal eine externe Uncut-Version wahrscheinlich irgendwann erscheinen wird. Das solltet ihr wissen. Ja. Und ich möchte noch eine Sache loswerden, etwas, was mich jedes Mal wirklich wurmt, wenn es um Saw geht. Es gibt leider sehr viele Leute, die glauben, dass diese, ich nenne es mal Philosophie von diesem Jigsaw, dass die ja voll geil ist und dass der ja voll cool ist und dass er eigentlich gar keine Leute umbringt. Nee, er bringt Leute um. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion. Das ist einfach ein Psycho-Killer. Punkt. Danke. Das wollte ich nur loswerden. Ja. Und jetzt können wir wirklich zum Fazit kommen. Jo. Weißt du was? Wir sind genauso kreativ wie Source Bible. Wir vergeben heute Segen. So. 0 bis 5 Segen. Dominik, wie viel gibst du? Also der Film, der ist halt wirklich, der ist jetzt kein bodenloser Tiefschlag, aber er ist eine bodenlose Enttäuschung und deshalb gebe ich 1,5 von 5 Segen. Der hat so leicht manchmal seine Momente, aber vor allem Chris Rock wirkt wirklich, ja, wie per Deepfake in diesem Film transportiert. Kann ich nicht anders sagen. Also das hat gar nicht funktioniert. Und ich bin wirklich dabei, also entweder war es seine Idee, dass er einfach mal in so einem Saw-Film mitwirkt und dann wird er schon gleich besser. Oder aber er hatte ein fertiges Drehbuch, was dann einfach auf dieses Franchise gepfropft wurde, was ja auch nicht ungewöhnlich wäre, wenn man an Saw 2 denkt. Ich sag's dir. Ich bin nur froh, dass es nicht Eddie Murphy war, sonst hätte er da so mit Beverly Hills Kopf hier gemacht. Ja. Gut. Ich glaube, ich würde mich dir anschließen, auch mit 1,5 Segen von 5. Es wurde jetzt schon alles gesagt. Ich mag Chris Rock. Das hier war eine komplette Enttäuschung in ganz, ganz vielen Belangen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass auch hartgesottene Franchise-Fans hier so ein bisschen, naja, enttäuscht werden. Falls ihr ja den Film doch guckt, ich meine, das ist ja freies Land. Wir zwingen euch ja zu nichts. Also das heißt, wenn ihr Bock habt, geht den gucken. Und überhaupt die Kinos würde es eh freuen, wenn ihr ins Kino geht. Von daher, ja. Und wenn ihr mit dem Film Spaß hattet, dann freut uns das auch. Es würde uns auch freuen, wenn ihr uns beim Telechamp-Tisch unterstützt. Einfach bei uns bei Spotify folgen oder vielleicht mal eine positive Wertung da lasst im Apple Podcast. Warum? Weil wir sonst kommen und euch foltern werden. Wir haben die Schweinemaske nämlich hier schon liegen. Genau, wir wissen, wo ihr wohnt. Ihr alle. Und damit beende ich diesen Podcast zu Source Viral. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit. Ich sage tschüss. Und Dominik, du darfst das letzte Wort sagen. Ja, ich gehe jetzt Dreirad fahren. Macht es gut. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des neuen Netflix-Action-Films Kate. Ich bin's du und Kate ist heute nicht dabei. Dafür habe ich aber den Dominik dabei. Hallo, Dominik. Arigato. Und wenn Kate eine Felserin wäre und männlich, dann wäre er Kate. Der Sven, hallo. Hallo. Das fängt schon super an. Ja, wir haben Spaß, Leute, hier. Wir haben echt Spaß. Bevor wir jetzt mal unsere Besprechung richtig anfangen, zu starten hier. Eine Frage werfen wir euch, möchte unseren Zuhörern, Zuhörerinnen kurz erklären, worum geht es in Kate? Ja, kurz und schmerzlos. Mary Elizabeth Winstead spielt eine Auftragskillerin namens Kate. Überraschung, Überraschung. Die bei einem Auftrag etwas verhunzt und ein paar Monate später wird sie tödlich vergiftet, hat nur noch 24 Stunden zu leben und nutzt halt die restliche Lebensspanne, die ihr bleibt, ihre Peiniger zu finden und bekommt dabei überraschend mehr oder weniger Hilfe von einem ihrer ehemaligen potenziellen Opfer, was sie leben ließ. Vielen Dank. Ja, was soll man groß über diesen Film sagen? Er bedient so eine Actionfilm-Art, die in den letzten Jahren sehr populär ist. Also du hast immer so Auftragskiller oder irgendjemanden, der was Besonderes kann, halt am besten Leute umbringen, der irgendwie in die Bedulie kommt und sich da rauskämpfen muss. Paradebeispiel natürlich John Wick. Jetzt ist halt eben Kate da, ein, wie ich finde, stilistisch durchgestylter, nicht uninteressanter Actionfilm, der durch und durch von seiner Hauptdarstellerin lebt. Und ich sag's frei raus, das ist kein Film für die Ewigkeit, aber ich hatte da mit dem Film durchaus meinen Spaß. Sven, wie ist es bei dir? Nachdem ich einen Trailer gesehen habe, dachte ich, das sieht nach guter, geradliniger, kompromissloser Action aus, die vielleicht, wenn du Glück hast, noch gut gefilmt ist. Also Spaß. Und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Ja, da schlage ich jetzt nicht, wer weiß wie aus der Art. Ich war mir dessen nicht bewusst, aber spätestens bei der ersten wirklich vollwertigen Kampfszene merkt man, wer hier als Produzent mit an Bord war, nämlich David Leitch vom gerade erwähnten John Wick-Franchise. Und man muss sagen, der Film erinnert doch teilweise sehr an John Wick, was eben auch dem geschuldet ist, dass er denselben Schauplatz hat wie John Wick 3, ne? Ja, also dieses asiatische Stilistik zieht sich da komplett durch den Film durch. Die haben viel Neonfarben. Es gab Momente, wo ich mir echt dachte so, so Kate ist schon so ein bisschen John Wick meets Blade Runner. Ja. Von der Optik her. Dominik, was du gesagt hast mit der Action, und auch du, Sven, gehe ich mit. Also ich war durchaus überrascht, wie gut die Action wirklich inszeniert ist. Gerade weil der Regisseur, wie heißt er noch gleich, Cedric Nicolaus Trojan, sich jetzt nicht so davor rausgearbeitet hat, irgendwie als Action-Spezialist. Aber der macht seine Sache sehr gut, hat wahrscheinlich auch die richtige Second Tune an der Hand gehabt. Und das alles macht Kate für mich zu einem, wie ich schon sagte, echt okayen Spaß. Ich war teilweise auch überrascht, wie brutal der ist. Eine Szene, eine Szene fand ich wirklich, da dachte ich, das habe ich auch noch nie gesehen, wo sie halt so einem Bad Boy, ein Messer im Kampf so unten ins Kinn rampt, kommt so an der Nasenspitze wieder raus, wo ich dann auch dachte, holla, okay. Da geht's los, ja. Ja, also die Action, finde ich, die hat immer was sehr Übertriebenes, was sehr Comichaftes. Sie ist jetzt nicht so in dem Gewaltgrad von einem The Night Comes for Us. Aber trotz allem, dafür, dass Netflix sagt so, der Film ist ab 16, ist der schon echt hart. Echt, der war ab 16? Okay, das wundert mich jetzt. Weil, ja, das geht teilweise schon manchmal ganz schön zur Sache. Das muss man echt sagen. Und es wird auch relativ drauf gehalten. Also, die Kamera ist generell in den Action-Szenen sehr konzentriert. Man verliert nie den Überblick. Also, man merkt schon, es ist sehr John Wick beeinflusst durch David Leitch einfach auch. Ja. Wobei halt John Wick halt so einen Trend jetzt losgelöst hat. Ich glaube ja sogar, dass Kate wahrscheinlich auch so ausgesehen hätte von der Action her, wenn David Leitch nicht dabei gewesen ist. Ich glaube, John Wick ist aktuell halt so dieses Action-Franchise, woran so, wenn es gerade um so Shootouts geht, so irgendwie aktuell alles gemessen wird. Ja. Finde ich aber gut. Gott sei Dank. Ja, dass sie endlich wieder draufhalten auch. Also, ich war sehr überrascht. Also, ich habe die Altersfreigabe gesehen und dachte, und gucke mir das an und denke, aber die haben sich ein paar ganz geile Sachen einfallen lassen. Also, ich finde den Kampf in diesem Tee, in diesem Teehaus, in dieser Yakuza-Essensbude. Mit Reispapierwänden. Mit Reispapierwänden. Der ist sehr geil gemacht. Also, das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Und dann auch diese 360-Grad-Turns mit der Kamera. Und es wird dir einfach nicht schwindelig dabei sein. Und auch du siehst alles. Und dass sie auch nicht nur einmal zutritt, um einen zu Fall zu bringen, sondern halt dann auch aufgrund ihrer, in Anführungsstrichen, fehlenden Kraft dann halt auch zwei-, dreimal treten muss, bis er einknickt. Fand ich gut. Also, die Action hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und sie ist auch tatsächlich glaubwürdig. Also, ich weiß nicht, ich habe die jetzt noch nicht in so vielen Action-Sachen gesehen. Sie war ja auch zuletzt in Birds of Prey, wo sie eher so ein bisschen unterbesetzt war. Generell finde ich, dass Mary Elizabeth Winstead irgendwie ziemlich unterschätzt ist immer noch. Und hier macht die wirklich einen guten Job. Also, die wertet den Film auch noch mal auf, finde ich. Ist allerdings auch gleichzeitig, also, das finde ich schön. Das ist zwar eine starke, wirklich beinharte Truller, aber trotzdem hat die Schwächen. Und, na ja, die fällt ja am Ende förmlich auseinander. Beziehungsweise, kurz nachdem der Film losgeht, ist sie ja eigentlich schon förmlich am Ende, weil sie halt wirklich drei Viertel des Films totgeweiht ist. Aber die hat wirklich gut funktioniert. Die hat mich sogar so vom Look her, ob es jetzt die Frisur war oder auch so das Outfit, die hat mich fast immer mal wieder an so eine junge Alan Ripley irgendwie erinnert. Oder auf jeden Fall, irgendwie hatte die was von Sigourney Weaver, fand ich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kennt ihr den Film ja auch. Es gibt so einen Thriller aus den 80ern, der heißt DOA, Dead and Arrival, mit Dennis Crade und McRyan. Übrigens von den Regisseuren, die dann ein paar Jahre später den Super Mario Bros. Film gemacht haben. Oh Gott. Worüber ich noch gerne reden würde, ist ein Kritikpunkt, den ich jetzt ein paar Mal jetzt im Internet gelesen habe, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber dieser Kritikpunkt hat mit Woody Harrelson zu tun, der ja auch mitspielt. Woody Harrelson ist so etwas wie ihr Mentor, ihre Vaterfigur. Und es wurde dem Film angelastet, dass Woody Harrelson einen sehr kleinen Partner hat, wo ich halt sagen muss, ja und, ich fand's jetzt nicht schlimm. Ich fand das auch nicht schlimm, wobei man hätte diesen Part vielleicht nicht ganz so prominent besetzen sollen. Weil man weiß eigentlich schon am Anfang, dass halt irgendwas mit seiner Figur sein muss. Und zwischendurch sieht man die halt nicht. Und naja, man denkt sich so, die haben jetzt halt nicht umsonst Woody Harrelson gekastet. Der wird jetzt nicht einmal kurz seine Glatze reinstrecken und das war's. Sondern er hat schon eine wichtige Funktion innerhalb der Story, der so genannten. Da muss man natürlich auch sagen, da ist der Film, also der ist zu 100 Prozent vorhersehbar. Aber der macht da jetzt auch kein Gescheiß drum, dass er völlig vorhersehbar ist. Sondern der macht einfach das Beste draus. Der ist einfach wahnsinnig straight. Wirklich auch stramm und flott erzählt. Und vor allem, für mich hat der keine Längen. Und ja, Woody Harrelson hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Beziehungsweise aus der Beziehung zwischen ihr und dem. Da gab's da immer so Flashbacks, wo man sie auch mal kurz als Kind sieht. Aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Also, gänzlich mitgehen kann ich da jetzt nicht mit der Kritik, die da eingeprasselt ist. Ich fand, dass der Film alles zu ihrer Beziehung mit ihm, zu Kate und ihrem Mentor, also Woody Harrelson, gesagt hat in den ersten drei Minuten. Das hat für mich vollkommen ausgereicht. Diese ganzen Flashbacks sind natürlich teilweise nachher für die Story noch ein bisschen wichtig. Aber da gebe ich dir auch recht, die Story ist vorhersehbar. Und ich find's nicht schlimm. Ich find's wirklich nicht schlimm. Ich fand's ganz gut. Ich hätt mir tatsächlich in dem Fall vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo gewünscht. Aber dadurch, ich denk wirklich durch diese Laufzeit und dadurch, dass es so knackig ist, weiß ich nicht, ob ich durch meine Wünsche das Ganze nicht ein bisschen in die Länge gestreckt hätte. Ich mag Woody, ich fand's gut. Es hätte auch, klar, ja, hätte auch jemand anders da machen können. Aber so fand ich das so ein nettes Gimmick. Ja, er telefoniert das halt solide durch. Ich muss aber sagen, dass, also klar, der Film ist jetzt kein, also der ist jetzt nicht zum Beispiel das, was letztes Jahr Tyler Rake Extraction war. Da kommt der nicht ganz ran. Aber ich muss zugeben, dass Mary Elizabeth Winstead mit blutverschmiertem Totoro-T-Shirt, das bleibt mir schon im Gedächtnis. Und gerade dann zum Ende hin, da gibt's dann halt die Stelle, weiß ich nicht, wo sie irgendwie mit einer Kippe reinlatscht und mit Sonnenbrille und dann mit diesem Totoro-Shirt. Das hat schon was leicht Ikonografisches, fand ich. Also das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Generell hat mir auch ein bisschen, der Film hat, ich weiß nicht, wie habt ihr den Humor wahrgenommen? Weil ab und zu ist Humor drin, der manchmal echt so ein bisschen irritiert, ne? Fand ich nicht. Also gab's halt so obligatorische Humorspitzen, die halt auch teilweise auch ein bisschen schwarzhumoriger waren, die mich teilweise auch so ein bisschen an jetzt The Suicide Squad erinnert haben. Also die sehr zynisch waren. Ja. Das wirkte auf mich doch relativ homogen. Also da gab's jetzt nichts, was mich irgendwie aus dem Film oder aus dem Filmfluss rausgebracht hätte. Ja, für mich jetzt auch nicht nur, ja, die Endszene fand ich da irgendwie drollig. Ich sage nur Glücksgatze. Mehr sage ich da nicht. Fazitzeit. Wir vergeben heute mal, was vergeben wir heute denn mal? Blutverschmierte Totoros. Okay. Dann bitte 0 bis 5 blutverschmierte Totoros. Dominik, fang mal an. Kurz und schmerzlos 3 von 5 blutverschmierten Totoros. Der Film ist total zusammengeklaut, total vorhersehbar, ist aber unterhaltsame, solide Genrekost. Gerade wenn man auf sehr kinetische, haptische Action steht, macht man hier nichts falsch. Und die Hauptdarstellerin beweist aus meiner Sicht einmal mehr, dass sie immer noch ziemlich unterschätzt ist. Sven, bitte. Ich vergebe 3,5 blutverschmierte Burritos oder Totoros, was weiß ich, was das heißt. Wer mehr dazu wissen will, hört in den Ghibli-Cast rein. Mehr sage ich dazu nicht. Er ist kurz, er ist knackig, es gibt ordentlich aufs Maul, er ist brutal, er hat alles, was einen wirklich guten Actionfilm ausmacht. Und er macht Spaß. Also mir hat er wirklich viel Spaß gemacht. Für Actionfans absolut empfehlenswert. Ich bin hin und her gerissen zwischen 3 und 3,5, aber ich bleibe erst mal bei 3 blutverschmierten Toreros. Ich habe auch nichts weiter hinzuzufügen, wurde alles gesagt. Ich bin da auch gänzlich bei meinen Kollegen. Und deswegen, wenn ihr einen Actionfilm sucht, dann solltet ihr euch mal Kate ansehen. Ist wirklich eine kleine Empfehlung wert. Gut, damit sind wir hier am Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen des Tele-Stammtisch. Sage Tschüss, dann darf der Dominik Tschüss sagen. Und weil ich ein Herz für Felser habe, gebührt Sven das letzte Wort. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, moin moin aus Flensburg. Und herzlich willkommen zu unserer Besprechung der Netflix-Doku zu Michael Schumacher, die den Titel Schumacher trägt. Ich, der Timo, bin nicht alleine. Ich habe den Sam hier. Hallo, Sam. Hallo. Wir durften beide schon eigentlich vorab diese Schumacher-Doku sehen. Hat eine Laufzeit von knapp zwei Stunden, 113 Minuten. Und ja, begleitet so ein bisschen die Rennfahrerkarriere von Michael Schumacher und ein bisschen, was drumherum passiert ist bisher. Sam, wie war dein Eindruck von dieser Sportdokumentation? Also mir hat die Doku an sich sehr gut gefallen, da ich nämlich seit ein kleiner Spund schon Schumacher-Fan war, beziehungsweise Formel-1-Fan war und habe, soweit ich mich zurückerinnern kann, und schon immer die Karriere von Michael Schumacher verfolgt und war dementsprechend natürlich auch, wie sagt man, bestützt? Nee, besorgt, als ich von dem Unfall 2013 gehört hatte. Genau das fängt ja diese Doku auch auf. Man sieht die Karriere von Schumacher praktisch von seinen Anfängen als Kartfahrer, wo sie nicht viel Geld hatten. Und der Vater so mit seinem, was hat er, so ein kleines Bistro-Restaurant gehabt. Und damit hat er mehr oder weniger seine Kart-Karriere finanziert, bis halt zu eben diesem Unfall 2013. Also man sieht diesen Verlauf. Ich muss dazu sagen, man sieht natürlich viel von der Formel 1, gerade auch so Interviews mit Flavio Piratore, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und seine ganzen Sean Todd, das sieht man, glaube ich, auch. Oder auch Mika Häggen wird interviewt. Also wir werden so ziemlich aus seiner Zeit Leute interviewt, die halt das alles so erklären. Aus den ihren Sicht natürlich. Dann sieht man natürlich auch die Familienseite, seine Frau, die Corinna. Mit Namen habe ich es nicht. Ich berichtige mich, wenn ich was falsch sage, aber ich glaube, sie heißt Corinna. Richtig. Und sein Sohn und seine Tochter, von denen hört man halt auch ein bisschen was so über das Familiäre während seiner Formel-1-Karriere. Karriere, genau. Ja, also ich bin ehrlich, mir fehlte auch leider Gottes bei dem Teil der aktiven Karriere so wirklich was Neues. Also das waren so Highlight-Videos und Zusammenschnitte von den Best-of-Schumi. Oder manchmal auch ein Worst-of, weil natürlich auch Schumacher so die ein oder andere Aktion gezeigt hat oder gemacht hat, die schwierig ist aus heutiger Sicht, die auch ganz klar da kommentiert wird mit seiner Verbissenheit. Diesen Ansatz hätte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr, hätte ich gerne noch mehr von gesehen, diesen Verbissenen, diesen Perfektionisten-Schumacher da zu zeigen, der ja auch ganz lange bei seinem Wechsel zu Ferrari erstmal gescheitert ist und man wirklich auch schon, ja, überlegt hat, ihm seine Aufgaben zu entbinden. Und da hätte ich gerne mehr gesehen. Aber das ist natürlich auch so, man hat so zwei Gefühle, die so rauskommen bei dieser ganzen Dokumentation. Das erste ist, man hat nicht den Eindruck, als dass da die Figuren und die Leute, also David Coulthard, Mika Häkkenden und wie sie alle heißen, dass die gewillt sind, auch nur ein böses Wort über Schumi zu verlieren. Das ist angesichts der Umstände, in denen er heute lebt, vollkommen verständlich. Ist aber dann natürlich auch wenig, ja, wenig erkenntnisreich. Also man bekommt da wenig Neues geboten und auch wenig Offenheit. Man merkt dann doch, dass auch dieser Zirkus-Formel 1 ein relativ geschlossener Bereich ist. Das stimmt. Ja, und das Zweite, was mir ein bisschen, wirklich ein bisschen schade, weil es kommt mir die Größe dieser Leistung gar nicht so richtig raus, die Michael Schumacher in seiner Karriere ja doch geleistet hat. Da sind, das muss man ehrlicherweise sagen, ich gucke wahnsinnig gerne Sportdokumentationen. Also ich kann nur The Last Dance mit Michael Jordan oder über Michael Jordan und die Chicago Bulls zu ihrer besten Zeit jedem ans Herz legen, ebenfalls bei Netflix verfügbar. Das ist einfach so, dass man das Gefühl hat, die Amis können sowas besser, können sowas spannender, können sowas größer erzählen. Also haben da auch viel mehr die Erzählung im Blick, als ein Abbild der Realität zu zeigen. Und das ist so der zweite Punkt. Ja, und es gibt dann natürlich angesichts dieser Umstände einfach diverse Klos im Hals Momente, die das ein bisschen wieder auffangen. Ja, und ich muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es ist einfach wirklich ganz, ganz traurig, dann die Kinder zu sehen. Also wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, Sam, dir ging es da ja ähnlich. Für mich ein wahrer Gänsehautmoment, wenn Mick Schumacher über seinen Vater redet, wenn die Kinder über ihren Vater reden, der ja ganz, ganz warmherzig als Ehemann, Vater, Mensch geschildert wird. Und man hat eigentlich am Ende so das Gefühl, es könnte alles so schön sein. Wenn nicht dieser vermaledeite Unfall gewesen wäre. Und eine Episode ist mir noch im Kopf gegeben, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Es gab ja dann doch nochmal wie irgendwie jeder große Rennfahrer, also Prost, Menzel, die alle nochmal ein Comeback gefeiert haben und dabei nicht so ganz erfolgreich waren. Ähnliches bei Schumi. Und dann gab es einen Satz von, ich glaube, seiner damaligen neuen Managerin, Sabine Kiem, die sagte, er war da trotzdem irgendwie glücklich. Wie ging es dir mit dieser Episode? Also ich habe mit dieser Episode, ich finde, ich finde ich schwierig, weil ja klar, er wollte nochmal ein Comeback starten. Und man hat ihn aber auch gleichzeitig auch angemerkt gehabt, also schon damals, wo er dann für Mercedes gefahren ist, dass ihm so dieses Weltmeistertum vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist. Einfach nur dieses Gucken, was er rausholen kann. Das muss ich übrigens noch dazu sagen, warum er bei Ferrari zum Beispiel so lange gebraucht hat, bis er Erfolg wieder hatte, war ja, dass er ein Auto hingestellt bekommen hat, was überhaupt gar nicht konkurrenzfähig war. Er hat ja erst vier Jahre lang dran rumschrauben und experimentieren müssen, dass es so weit war, dass man hätte einen Erfolg reinfahren hätte, also hereinfahren hätte können. So, Punkt. Jetzt nochmal zurück zu der Mercedes-Ära. Ja, ich finde es schwierig, weil wenn ich zurückkomme, will ich natürlich auch einen Erfolg haben. Er selber, also aus Erzählung von den ganzen Interviewern oder Interviewten, hätte es wohl nicht mehr so wichtig gesehen. Kann ich mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen. Das klingt mir genauso. Also ich habe da echt ein großes Ausrufezeichen mir reingemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht der Schumi, den ich so in den, ja auch 20 Jahren, die man ihn so miterlebt hat, den ich da so kennengelernt habe oder den ich meine zu kennen und den mir auch die Doku vorher anders verkauft hat. Richtig, er war ja immer sehr ehrgeizig und hat immer geguckt, genau. Und war immer sehr ehrgeizig da dran und hat auch geschaut, dass es läuft, dass er halt Erfolge einfährt und dann auf einmal ein Comeback machen, wo er gar keinen Erfolg will, das passt nicht zu ihm. Also das ist nicht so, wie die Dokus halt am Anfang oder ziemlich lange im Lauf der Doku zeigt, passt das dann irgendwie nicht. Ja, dann hatten wir natürlich noch ein bisschen auf die Fazit Lane einzubiegen. Es ist natürlich nicht so und diese Erwartung können wir vielleicht auch ohne jetzt bei einer Doku zu spoilern, ist sowieso Quatsch. Es ist nicht so, dass man jetzt großartig was erfährt, wie es aktuell um Michael Schumacher steht. Und wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, es ist eigentlich auch gut so. Also ich weiß, dass der Bulle war und auch ich natürlich eine gewisse Neugierde hat und auch gerne wüsste, also was hat er denn nun eigentlich? Was ist genau passiert? Wie ist sein genauer Zustand? Ist er im Wachkoma? Ist er da? Ist er im Rollstuhl? Liegt er? Das wird alles nicht erwähnt. Es wird immer sehr, sehr kryptisch, sehr, sehr allgemein darüber gesprochen. Angedeutet oder genau? Genau und gleichzeitig denke ich, das ist eigentlich auch gut so. Wer also Erwartung hat, dass man jetzt da die große, ich sage mal so, die große Fleischbeschau in Sachen Michael Schumacher sehen darf und sehen kann oder auch vielleicht hört, was denn nun genau los ist, da muss man schon mal sagen, nein, das ist nicht der Fall. Da ist Diskretion das größte Gut der Familie Schumacher und da sind wir, glaube ich, beide auch d'accord. Das ist auch in Ordnung so. Definitiv, das hatten wir ja im Vorgespräch schon erwähnt, also miteinander gehabt. Wir sind beide Schumacher-Fans, das haben wir ja auch schon erwähnt und natürlich will man wissen, wie seinem Idol es geht. Auf der anderen Seite finde ich es gut so, wie es ist. Die Familie hat genug Arbeit, ihn zu verpflegen oder sowas und wenn da jetzt zum Beispiel ein Bild oder eine Zeitung und das muss nicht sein. Deswegen lasst der Familie ihren Frieden. Bin ich voll d'accord mit dir und eins muss ich halt noch sagen, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, nur wenn ich dran denke. Ich bin ja selbst Vater von zwei Kindern, zwei Jungs und als Mick Schumacher davon gesprochen hat, dass er es unverfindet, dass wenn er andere Kinder mit ihren Vätern zum Beispiel an irgendwas rumschrauben oder irgendwas hantiert und er hat das nicht, da habe ich richtig ein Kloß im Hals gehabt und ich kriege jetzt, wie gesagt, gerade schon wieder Gänsehaut. Also das ging mir richtig nah. Ja, auch abschließend, also ich würde gerne auch gleich das Fazit machen, aber bei Mick Schumacher fing es halt auch krass, weil der seinen Vater so wirklich, das ist schon nicht idealisieren, das ist glorifizieren. Er sagt es ganz offen, das ist sein Vorbild, ich wollte immer so werden wie er und ich will es immer noch werden und das ist schon krass, wenn das ein Sohn über seinen eigenen Vater so sagt, also den so, ja, auf ein Podest hebt, trotz der Tragik, die da in der Wohnung wohnt. Ja, Sam, ich sage es immer bei Dokus, ich finde es schwer, Dokus in unser 1-5-Rennboliden-Schema zu drücken. Wie viele Rennboliden gibst du denn der Schumacher-Doku? Es ist halt, es ist wirklich schwer, wie du sagst, eine Doku zu bewerten. Sie hat mir natürlich wieder dieses Retro-Respektive gegeben, dass ich wieder so versetzt worden bin in meine Jugend, wo ich jede Nacht aufgestanden bin, um mir ein Rennen von Schumi anzuschauen oder tagsüber, wenn es tagsüber kam, wirklich vorm Fernseher saß, um nur ihm zuzuschauen, wie er halt gewinnt. Und das war halt so wirklich, ja, mal wieder was von ihm zu sehen, fand ich stark. Und daher würde ich sagen, mir hat so ein bisschen was gefehlt, wie du auch sagst, so ein gewisses Etwas, das, was man gesehen hat, könnte man ja eigentlich schon. So ein bisschen tiefgründiger wäre mir schon lieber gewesen, gerade in so Situationen, wenn er ehrgeizig ist, wenn er irgendwie was falsch gemacht hat, das auch mal zu sehen, mal nicht nur das Gute zu sehen. Gut, es gab auch ein paar schlechte Punkte oder ein paar nicht so glückliche Punkte von ihm, wie zum Beispiel der Unfall, wo er im Sena reingefahren ist und so weiter. Ja, aber was sagst du in Rennboliden? Ich würde es so 3,5 Rennboliden geben. Ja, ich bin gar nicht so weit weg, ich gebe 3 von 5. Ich finde, wie gesagt, mir ist der, der Neuigkeitsaspekt fehlt mir so ein bisschen. Es geht so, ich habe es auch in meiner Letterboxd-Kritik geschrieben, es geht so eigentlich mit 300 kmh durch eine 20 Jahre andauernde Karriere. Da bleibt viel auf der Strecke, da sind wenig neue Erkenntnisse dabei und am Ende ist es wirklich ohne große Überraschung. Am Ende allerdings gibt es nochmal wirklich den emotionalen Hammer und deswegen auch 3 von 5. Ja Sam, das hat Spaß gemacht, das machen wir mal wieder. Ja, ihr abonniert weiterhin den Tele-Stammtisch, schreibt uns an, wenn ihr mitmachen wollt, spendet uns bei BuyMeCoffee oder Paypal und ansonsten hat Sam das letzte Wort und ich sage Tschüss. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Ich bin raus in diesem Sinne. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.